So, ich begrüße euch nochmal. Wie gesagt, ein bisschen angeschlagen, irgendwelche Frühjahrsskripte oder so, irgendein Kunde hat mich irgendwie doch erwischt. Gestern beim Film Star Wars Solo fing es dann natürlich an. Fand ich dann nicht so lustig. Heute bricht es jetzt ein bisschen aus. Dennoch sitze ich vor der Kamera und spreche über Han Solo. Ist nicht so einfach. Wir vom Fach, die tagtäglich sowas machen, ob Filme überspielen, aufzeichnen oder sonstige Sachen, die sich damit also auseinandersetzen, wie ein Film entsteht, ist Mords Arbeit. Heute auch eine Sendung hinzubekommen. Am Wochenende wird Mords Arbeit sein, weil man muss aus einem Nichts etwas zaubern. So, Han Solo, wenn man sich das so die Fakultät des Schreibens ansieht, wo jeder irgendwie was zu sagen hat, ob das über die Telekom, RP Online, wie die alle heißen, die zermahlen das. Tun so, als wäre das alles mal eben so, ne? Eben nicht. Die gesamten Schauspieler, die bei Han Solo Story dabei waren, hatten überhaupt keinen Plan von Star Wars. Die wussten auch gar nicht, was sie da interpretieren. Und man kann auch den Han Solo, den neuen Han Solo, jetzt nicht so dermaßen verheizen, indem man sagt, er hat sich selber nicht eingebracht. Er ist 28 Jahre alt, ist auch noch nicht so lange im Genre. Die Clara Clark, die das dargestellt hat, die ist auch nicht so alt. Und die Daisy Ridley, also sie sind alle um die 20, knapp 30. Haben alle nicht die Erfahrungen, wie wir jetzt haben, nach 60 Jahren, nach 41 Jahren Star Wars intensives Reinschauen unter uns? Wer macht das? Also wir arbeiten alle sehr hart und sehen es als Hobby. Auch ich jetzt mittlerweile, weil ich habe damit überhaupt nichts mehr zu tun. 30 Jahre musste ich aufpassen, 30 Jahre musste das gemacht werden, weil die Wahrheit ist, dieser Film soll Geld bringen, allen, die damit zu tun haben. Früher war es George Lucas, der also händeringend, verstehe ich verdammt gut, wie hart es ist, hier in NRW zum Beispiel einen Film zu drehen, mal eben 750.000 Euro zu bekommen, sagt das Wort schon, kann nicht so ein Meisterwerk rauskommen. Es ist ein Meisterwerk, auch Han Solo ist ein Meisterwerk, die Story. Zumal sie die Stimme getroffen haben, auch hier die Macke so ein bisschen eingearbeitet haben, die er da hatte. Und wie gesagt, der Witz, die Schnelligkeit, er spielt einen sehr jungen Han Solo, der sagt, ich bin seit meinem 10. Lebensjahr auf mich selbst eingestellt. Und Kinder, die ab 10 Jahre erst recht jetzt in so einem Universe-Szenario leben. Wir haben ja auch direkt den Anfang gesehen, wie er abhauen war und das Teil uns aller Freundin gezeigt hat. Hier, guck mal. Und dann haben sie es versucht zu entrinnen. Ich meine, Filme in der heutigen Zeit sind alle gleich. Das haben auch meine Nachbarn gesagt, die neben mir gesessen haben. Ich glaube, ich komme mir da alles so normal vor. Richtig. Was soll man denn noch erfinden? Ich meine, das ist kein Märchen mehr. Das ist so eine Art Fantasy. Galaxy Fantasy. Das hat noch nichts mehr mit Märchen zu tun. Es ist ja auch eine Momentaufnahme. So eine Star Wars Story ist eine Momentaufnahme, wo man 130 Minuten aus einer Szene heraus, was sie da vorhaben mit dem Zug und das alles, dass sie sich immer alle opfern. Und dann direkt, das geht nur dann, wenn man Superstars hat, weil sonst werden die vergessen. Und die kann man nicht vergessen. Han Solo als Film kann man auch nicht vergessen. Man freut sich also schon drauf, dass der hoffentlich schnellstmöglich als DVD, Blu-Ray, 4K etc. erscheint, damit man den zu Hause konsumieren kann, auseinandernehmen kann etc. pp. Und da bin ich beim Kern des Videoclips. Es gibt zwar vollständig. Die Leute sind sich stundenlang vor Facebook und muss mich dann immer ärgern, weil ständig da irgendjemand irgendwas zu meckern hat. Und keiner sieht, bei Bond meckert keiner. Ich habe jedes Mal einen anderen Bond. Gucke mir an, da habe ich noch nie einen meckern hören über Bond. Und dabei ist an sich Bond langweilig, weil man weiß, Bond schafft es immer, wenn wir ehrlich sind. So, und irgendwie haben wir uns auch alle verändert, weil wir nicht mehr kommunizieren und zusammensetzen über gewisse Sachen uns unterhalten. Wenn einer sitzt in seiner Monologie vor der Kamera oder erzählt und hofft, dass einer daraus einen Dialog macht. Das sind alles so Sachen. Also ich saß da im Kino, weil mein Gefolge hatte keine Zeit und ich habe gesagt, ich gehe einmal ins Kino. Manchmal gehe ich in den, also Star Wars 2, 3 Mal und zu Hause 20, 30 Mal dann ansehen. Ist klar, die eine Stelle da wird dann immer fade und irgendwann, ja, Daisy springt da durch. Keine Reaktion, schwarz-weiß, weiß-schwarz. Okay, böse, gut, gut, böse. So, äh, ich meine, das, was wir jetzt gebracht haben, ist, wenn man mal das ganze Merchandising, das ganze Geld vergisst, weil ich kriege immer eine Antwort, wenn ich mich mit einem unterhalte, Hör mal, du willst nicht ein paar Figuren kaufen? Ey, ja, ich meine, ich wollte mich unterhalten. Also die Videoclips, die ich hier mache, haben den Zweck zur Unterhaltung. Ich möchte mich unterhalten, leider vor laufender Kamera, um aus euch da irgendeinen Dialog zu bekommen. Aber meistens kommen ja nur die Hater. Aber egal, muss man auch durch. Und ich nutze jetzt eben kurz die Zeit, weil ich, wie gesagt, auf diese diverse Nestfigur warte, die heute an sich kommen soll. Das Problem ist halt nur, bis 20 Uhr, bis 20 Uhr arbeite ich nicht, ne? Ja, und wie ihr merkt, bin ich leicht angeschlagen. Finde ich das also auch nicht so lustig. Aber, wie gesagt, am Samstag ziehen wir das dann gnadenlos durch. Müssen wir gucken, welche Kulisse wir nutzen und wie wir es nutzen. Und ich bin gespannt, wie die beiden Kollegen auf den Film reagieren. Weil die sehen erst heute und am Freitag. Und der andere kann ihn noch gar nicht sehen. Der muss halt sozusagen Ja sagen. Äh, ich glaub nicht mal, was du da sagst. Aber wir versuchen es. Also diese Sendung über Star Wars allgemein. Wir wollen also kein Commerz machen. Die Zeit haben wir ja auch gar nicht. Wir haben auch nicht das Geld dafür. So Star Wars Show, wie gesagt, die macht das gnadenlos in Englisch. Hi, Grüße. Wie immer? Einfach ran. Hm, genau. Ja. So, da bin ich nochmal. Die sogenannte Negativisierung. Alles ist negativ, alles ist böse, alles ist bleh. Geht natürlich auch bei Han Solo, leider. Wenn ihr Spiegel Online gelesen habt oder Fokus, das sind die schlimmsten Schmierblätter, die ich je gelesen habe. Deswegen lese ich es nicht, aber wegen so einer Sendung, damit ich darüber sprechen kann, muss man sich so einen Riss mal durchziehen. Also Han Solo ist ein Film, wo wir alle sagten zum Schluss, wie, der ist schon zu Ende? Der hat uns unterhalten, wir waren erstaunt der Sprache, erstaunt des Fließenden, des Lustigen, des Jungsein. Ich meine, mit 28 ist man jung, mit 28 springt man neu über Bäume, etc. So Han Solo war verliebt und dachte nicht, wie das so ist, in einer Zeit, die so ist, wie sie dort uns gezeigt wurde. Ist ja eine düstere Zeit, stand ja auch vorne, wäre eine sozial schlimme Zeit und so weiter und so fort. Alles wird unterjocht, alles wird angegriffen und jeder versucht irgendwie. Und wenn man ein Kind ist, auch hier im Realen, kein Zuhause, keine Familie, dann muss man sich durchschlagen. Und er hat sich durchgeschlagen und da auch alles versucht. Ich meine, der Witz, ich meine, ist irgendwie geklaut aus einem anderen Film, da ist auch einer mit dem Auto dann hängen geblieben. Äh, oder, ne, also war schon genial. So, und ich finde es toll, dass der Johnson es doch geschafft hat, die sogenannte Entkrustung. Star Wars wurde entkrustet, ich übersetze das jetzt, was er gesagt hat, ist nicht meins. Er sagte, die Entkrustung, er hat auch keine Lust mehr, dass Star Wars wie so ein Museum, alle drei Jahre wird es eröffnet. Wir haben neue Exponate, kommt so vorbei. Und alle, ooooh, ne, war doch so. So, ich gehe jetzt zurück zu 77, 1977 und, hast du da schon drin? Von was sprichst du? Ja, da ist so ein neuer Film, der läuft da, hör mal, sehenswert. Wenn du Lust hast, komme ich sogar noch mal mit. Ja, und danach wurde dieses, und, habe ich zu viel versprochen und so weiter. Das war eine tolle Geschichte, war toll. Will sich also leider nicht mehr wiederholen. Also heute hat man, wie gesagt, nur noch dieses hier und, wie gesagt, Spiegel Online oder Bild-Zeitung oder wie die alle heißen, da hauen da irgendwelche Pamphlete raus und alles ist ganz schlecht oder so. Ey, ich meine, Negativ-PR ist auch gut, weil man mit Negativ-PR die Leute auch locken kann. Also, also ziemlich gut gemacht, äh, drei Regisseure für einen, äh, und all solche Sachen, die da geschrieben wurden. Und wenn man sich so die Star Wars Story ansieht, die Original-Geschichte da aus Kalifornien, wo da alles neu gemacht wird, eine neue Sendung, Galaxy wird ja vorbereitet, die neue Real-Sache wird vorbereitet. Es wird alles vorbereitet und, ähm, wenn wir das dann konsumieren, äh, uns dann auch zugänglich machen, verdienen natürlich die sehr viel Geld. So, und da sich, wie gesagt, ich darf nur für mich sprechen hier, mal ziehe hier meinen Monolog vor laufender Kamera durch und hoffe auf einen sogenannten Dialog mal irgendwo mit euch, äh, durchzuführen, wie wir halt Star Wars sehen. So, ich bin für alles bereit, äh, ich hab auch durchgemessen, hab auch mich, äh, gerade erkundigt, wie teuer alles wäre, wenn ich hier so ein kleines, eigenständiges Mini-Kino für gewisse Leute, damit man sich analog darüber unterhalten kann, für diese Sendung, äh, die Leute einladen und dann gucken und wo reden, bei laufender Kamera und alles, ähm, ja, aber es kostet ja auch viel Geld und warum? viel Geld ausgeben, wenn, wie gesagt, keiner mehr bereit ist, analog mit einem zu sprechen. Ja, schreien da alle, oh, Leute, Leute, ich will nicht in einer stummen Welt leben, wo man mir sagt, jetzt darfst du sprechen, jetzt darfst du tippen, nee, ich tippe und spreche, wann ich will, wie ich will und warum ich will. Und, äh, stehe auch dann auch dazu. Aber es nervt, es nervt einfach nur, dieses Ausgebremstwerden, das dürfen wir nicht, dies dürfen wir nicht, jenes dürfen wir nicht. Und frage mich langsam, wie kommt ihr auf das schmale Brett, dass das eine Zukunft wäre, die lebenswert ist, also die analoge Zeit, ja? Ja, äh, gefiel mir besser, wie diese Digitalzeit, stumm, ja, Spoiler, mhm, halt die Klappe, ich war noch nicht drin, hallo? Ich, Ego, ich, Ego, ich, Ego, nee, kein Ego, das war nicht immer gesund, meine, eine hat sich am Dienstag so irgendwie eine Grippe eingefangen, nicht die Männergrippe, nee, nicht die Männergrippe, nee, nicht die Männergrippe. Ich meine, sowas fehlt auch noch bei Star Wars, dass da einer erkrankt oder so, ich meine, wenn die krank sind, haben die meistens Arme oder einen Kopf ab, nee, und werden die wieder angenäht, so wie L3, äh, seien in den Falken eingearbeitet, aber da war ja ein Druide, ne? Da sind wir auch schon beim Thema, Thema Star Wars, Thema, heute ist der 25. Mai, 1977 und wir sitzen im Kino und was sehen wir, eine Laufschrift, ja, genau, 41 Jahre ist das her, dass wir im Kino saßen, Krieg der Sterne und Krieg der Sterne ist angekommen, alle gucken, äh, hast du schon Krieg der Sterne gesehen? 1977 hatte man, ey, hast du schon gesehen? Hat man sich unterhalten? Dann hat man die Euphorik, boah, scheint wohl gut zu sein, also geh mal rein. Dann ist man reingegangen, denn zu dem Zeitpunkt war es noch kein Hype, ja? Ähm, in Amerika ist da ein bisschen anders motiviert worden, das Ganze, und deswegen war an dem Tag sehr viel los, aber an sich erst ein paar Jahre später, wo richtig, also 83, wo der erste fett gelaufen, der zweite nun drin, und alle, boah, ne? Okay, gut, also wie gesagt, äh, zu dem Zeitpunkt, vor 41 Jahren war es schon der Brüllerkrieg, der, ja, und alle sprachen davon, natürlich nicht so wie heute, damals musste man sich wirklich nur unterhalten, und hier in der Community, Star Wars, Community Wohnzimmer, da haben ja auch schon einige nachgefragt, ob es nicht irgendwelche Sachen gibt, ich hab euch schon mal gesagt, hier gibt's einen Stammtisch, samstags hätte man uns treffen können, und so weiter und so fort, ich arbeite halt auch noch daran, dass man auch sich hier trifft, natürlich, wenn alle, aus allen, ne, Facebook, ähm, kann schnell, äh, bei YouTube, kann schnell 1000 Leute hier sein, das wäre natürlich fatal, an sich ist es ja für die kleine Runde gedacht, so, ich möchte mich auf den Weg heute, äh, entschuldigen, dass wir die Dreharbeiten verschieben müssen, zu den, richtigen, Star Wars Community Wohnzimmer, richtig, Sendung, das ist hier so eine Minishow, Miniclips, ähm, ja, also wie gesagt, im Moment geht, weil, man kann ja auch nur einmal im Jahr so eine Wahnsinnsendung machen, weil wir jetzt immer ein Jahr warten müssen, ja, früher muss man drei Jahre warten, jetzt müssen wir halt ein Jahr warten, so, jetzt war ein Soto in den Kinos, flott erzählt, eine tolle Geschichte, ein Junge, der auf der Straße groß geworden und sich einen Namen gemacht hat, in der sogenannten Organisation, in der da er mit den anderen Kindern, und so weiter, verweilt, ja, und, äh, wie das so ist, wenn du dir irgendwas nicht bringst, bei solchen Gaunern, wurde man natürlich geplättet, auf eine Art, so 13. Jahrhundert oder 18. oder 17. Jahrhundert, wo die Leute auch so auf den Straßen lebten, besonders in England, also man hat so, so Geschichten genommen, ja, so Straßenkinder, die da, und so weiter, halt, in der Welt, der Elektronik, in der Welt des Universums, da wo man auch Fluggeräte hatte, und keine Kutschen oder Dampfrosser, wie in 18, 19. Jahrhundert, also eher 18. Jahrhundert, ja, so ungefähr, könnte man so sagen, machen wir das halt nur modern, ne, ähm, wie das so ist, man hat eine Freundin, die spielen, die spielen, aber effektiv sind hier beide so um die 28 Jahre alt, ja, David Ridley ist jetzt 25 Jahre alt, David weiß ich nicht, er müsste knapp um die 30 sein. So, das sind alles junge Leute, die jetzt da, wo es, äh, spielen, als Schauspieler auch was darstellen, wollen ich gleich weitermachen. Morgen! Ja, das war nur eine Frage, ob wir Superdrucker haben und wie wir Superdrucker haben, nur stellen wir hier keine Tassen und T-Shirts mehr her, das machen wir woanders, nicht hier. Okay, ich muss auch ein bisschen mehr reden heute, auch wenn es mir nicht so gut geht, wie gesagt, die sogenannte Männergrippe habe ich nicht, aber ich habe mich immerhin eingefangen, äh, von irgendeinem Hund, Dienstagabend fing es an, also das habe ich auch noch nie erlebt, hier war alles dicht, richtig dicht, also begann, und dann habe ich natürlich, ne, versucht, diesen Druck loszuwerden und dann war das sozusagen wie so ein Tropfen und dann ging das los, ne, und dann hatte ich da meine Erkältung, die ich jetzt habe, ich schwitze mir ja hinweg hier, bin's bitteschön, das ist aber egal. So, also, wie gesagt, äh, so ein Vier-Augen-Gespräch würde mich doch reizen und das werden wir auch durchziehen, und jetzt habe ich hier natürlich alles wieder verbuddelt hier, ich habe die Namen, ich meine, ich bin momentan nicht so konzentriert, weil ich müde bin dadurch, also, ja, Lucy ist natürlich jetzt ein bisschen traurig, weil ich es halt verschieben musste, weil ich möchte auch keinen anstecken, ja, ich bin ja hier alleine vor der Kamera, und dann, und Marco war leider noch nicht im Film, und somit warten wir halt noch ein bisschen, verschieben wir, und machen dann die Sendung über Han Solo und E8, weil dann haben sehr viele gesehen, weil einige da bis zum 30. oder 31. sogar Spoiler-Alarm waren da, also Leute, Spoiler gehört ans Auto, noch einmal, Spoiler gehört ans Auto, und Information ist Information, und die Informationsflut sollte laufen, es sollte Spaß machen, sich wieder an Star Wars zu erfreuen, es sollte Spaß machen, über Star Wars zu reden, und da ich ja schwitz wie ein Bulle ziehe ich natürlich jetzt hier nicht die teuren T-Shirts an, die kosten ja 50 Euro, aber ich habe ja schon alle drei vorgestellt, ich arbeite jetzt vielleicht noch aus einem T-Shirt von einem Stormtrooper, der mich endlich mal als Onkel Rex hier hinstellen kann, und dann schaue ich mal, welchen Helm ich mir dann doch noch zukommen lasse, ja, dann schauen wir mal, ja, dann schauen wir mal, und dann schauen wir immer noch mal, ja. Ja, ist eine tolle Geschichte im Moment mit Star Wars, also dieser Film war Flux erzählt, und alle sagten, wie, schon zu Ende? Und wie gesagt, wie am Ende, er hat das Maul erschienen, als Überraschungsgast, und Cara ihm zugehörig, und sozusagen sie da hin musste, sie ist ja tätowiert, sie hat ja jetzt durch das Umbringen des Bösewichts den Ring, und somit konnte das Ding ja auch starten, weil man das nur mit dem Ring starten konnte, dann kam auch, wie gesagt, das Hologramm, ne, ja, wie gesagt, auf Est warte ich noch da, der neuen Bösewicht, sie auch, ein Kind, ne Jugendliche, Willow-Darsteller, halt mal ohne Helm, sondern richtig zu sehen, und viel Slipzig-Komik, stehenbleiben, stehenbleiben, und dann Ding-Dong, ja, voll die starke Droide, war gut. Ach herrlich, ja, also die Droiden haben da Nacken diesmal, die haben nur noch Freiheitsdran, L3, hat auch nur Freiheitsdran im Kopf, ne, und macht auch alle frei, ja, bis er dann auch frei ist, und dann in den Falken eingebaut wurde, ja, aber der ist stumm, redet nicht mehr, hat natürlich alle Navigationsdaten eingepflegt, Routen berechnet, also Han Solo kann jetzt mit seinen Falken, den er erstklassig gewonnen hat, natürlich nicht mit den Würfeln, die Würfel sind nämlich nur Makulatur, ja, heilige Kiste, ich glaube an meinen Würfel, denn die bringen Glück, ja, mehr ist das nicht, mehr war das nicht, also hat damit nichts zu tun, und mit den Würfeln hat er halt den Falken nicht gewonnen, sondern er hat den Falken so gewonnen, wie Carissian sonst immer gewinnt. Morgen! Grüße, passt auf sein! Grüß nhau! Grüß. Grüß welche downloaded Untertitelung des ZDF für funk, 2017